Du hast gesagt, es war anstrengend zu lesen teilweise, den Hörer vielleicht eine gewöhnungsbedürftige Art Biografie zu hören. Aber war es für dich auch so, dass du zwischendurch mal Durchhänger hattest? Ja, ja klar. Na komplett. Ich meine, das ist ja auch ein Wust an Namen, die da ausgesprochen werden. Und wir mussten dann nicht nur einmal den Richard auch anrufen und fragen, wie jetzt bestimmte Namen ausgesprochen werden oder so, um da jetzt nichts Falsches zu machen. Gerade wenn dann jetzt ein jüdischer Amerikaner, wie spricht man seinen Namen aus? Dann eher in Richtung hebräisch, jüdisch oder amerikanisch. Und wir wollten da auch keinen Fehler machen, weil der Umgang einer Biografie, für die jemand zehn Jahre gebraucht hat, diese Biografie verdient natürlich auch einen respektvollen Umgang. Und deshalb war das natürlich auch schwierig. Es gab auch echt Momente, wo ich einfach dann irgendwie eine Stunde Pause machen musste und da an diesem Kaffeetisch hing und einfach nicht mehr wollte, weil es einfach wirklich anstrengend war und die Zunge in Fetzen runterhing. Aber das ist, keine Ahnung, es gibt Menschen, die ja leiden Schlimmeres in diesem Leben. Das ist ja jetzt erst der erste Teil der Biografie, trotzdem ja schon gewissermaßen ein abgeschlossenes Projekt. Wenn du jetzt darauf zurückblickst und das auch so präsentierst, hat das was in dir bewegt, das zu machen nochmal oder ist dein Verhältnis zu Elvis nach wie vor das Gleiche? Es ist, naja, es ist, mein Wissen ist detaillierter geworden und profunder oder ich habe vielleicht eher mehr als das Wissen zählt wahrscheinlich, dass ich schon eher das Gefühl habe, ihn besser zu verstehen oder wie so ein Phänomen wie Elvis entstehen konnte, dass ich das besser verstehe. Das ist ja das Ziel eines Biografen, das wirklich der Nachwelt einfach klar zu machen, das war die Bedeutung. Das ist das, dieser Person und das ist in dem Fall so, dass ich wirklich das Gefühl habe, diese Jahre dann jetzt nur in den acht Tagen, aber dann da schon miterlebt zu haben oder vieles, was ihn jetzt ausmacht. Und insofern hat mir das sehr, sehr viel gebracht und war eine sehr erhellende Zeit und hat mich natürlich auch dann dazu gebracht, mich mit dem zu beschäftigen, was mein Leben ausmacht, mit Musik. Also dann, ich habe mich diese ganze Zeit auch dazwischen, zwischen diesen Lesetagen, hatte ich ja auch Tage, an denen ich nicht gelesen habe, an denen ich andere Sachen gemacht habe, habe ich mich trotzdem immer geistig auch mit Musik beschäftigt. Und mit, ich denke mal, Elvis ist einer der Gründungspäter der Musik, die ich heute repräsentiere und mit der ich ja auch heute Geld verdiene und die mir viel bedeutet, also Rockmusik. Und insofern hat mich das dazu gebracht, mich damit noch intensiver zu beschäftigen, als ich das sowieso schon tue. Kann man als Profimusiker heute noch von Elvis profitieren, von den Erfahrungen, die er gemacht hat? Ja, das ist echt schwer, weil Elvis hat ja auch nur, Elvis hat, also wenn die Frage dahin zählt, dass man sagt, kann man jetzt da was von Elvis lernen oder so, Elvis hat ja nur indirekt gelernt. Elvis hat ja die Musik, als er jung war, aufgesogen, die Gospelmusik, nach eigener Aussage Lieblingsmusik war, religiöse Musik, aber dann noch eher von Schwarzen, die halt mehr Soul hatte und mehr Groove und hat dieses alles in sich aufgesogen und instinktiv in sich miteinander vermischt und dann das einfach fließen lassen. Und ich denke, das war eine instinktive Sache und eine Frage von Talent und Instinkt. Und deshalb ist Elvis dieses Phänomen und was man eigentlich dann Musikern nur sagen kann, lass es einfach fließen, lass einfach, mach das, was aus dir herauskommt und glaub dran. Also das hat Elvis getan. Elvis hat sehr, sehr viele Sachen auch gemacht, weil sie von ihm erwartet wurden. Aber er hat tatsächlich ja immer wieder Kraft seines Charismas und seines Instinkts dann doch trotzdem das Richtige gemacht. Viele Dinge waren nahezu grotesk, lächerlich, die er getan hat, weil die Zeiten halt so waren. Weil die Zensur, er ist auf die Bühne gegangen und hat eine sexuelle Revolution angezettelt und hat sich dann öffentlich bei den Kirchen entschuldigt. Das sind so und hat immer die Bibel gelesen und ständig und hat dann auch öffentlich sich da immer auch distanziert von irgendwelchen sexuellen Sachen und sowas. Um dann danach wieder auf die Bühne zu gehen und genau das zu zeigen, weil dann sein Instinkt hat ihn dann, also er war gewissermaßen auch schizophren. Du hast vorhin gesagt, als Elvis starb warst du 14 und zu dem Zeitpunkt war er für dich ja noch nicht wirklich ein Vorbild, eine musikalische Leitfigur. Wann hat sich das geändert? Naja, musikalisch als Leitfigur ist ja auch bis heute, also jetzt das Elvis-Stil oder sowas, aber sonst ist er einfach ein Symbol. Ich meine, es ist halt so, das klingt echt herrlich. Ich hatte vorhin schon einen sehr seltsamen Vergleich, aber wenn man jetzt sagt, wenn ein Christ irgendwie so an Gott glaubt, dann kann er Gott ja trotzdem, das sagt die Bibel ja schon, auch nicht nacheifern, weil Gott direkt jetzt so Taten, die Menschen tun, ja nicht getan hat, sondern Dinge, die viel größer sind. Und so hat Elvis halt auch Sachen getan, die so viel größer sind oder in seiner Zeit auch so anders waren. Und trotzdem ist dann, wenn man auf die Pyramide von gewichtigen Taten in der Rockmusik schaut, sitzt ganz oben Elvis. Das ist halt so. Selbst wenn möglicherweise für mich Musiker, die ganz unten in dieser Pyramide irgendwo sind, viel wichtiger waren. Paul Westerberg oder solche Leute. Aber das, also die jetzt deren direktes Handeln wichtiger für mich war, die ich dann kopiert habe oder sowas. Also wenn man aus der Punk-Ecke kommt, dann ist das schon schwer. Und manchmal glaube ich, Elvis als Fan... Naja, zuerst war Elvis natürlich für mich das Symbol, das war das Gute gestern, ja. Also als 14-Jähriger wird ja das Gute gestern mit Elvis präsentiert. Und das war natürlich Spießerkram. Also das haben Eltern haben das gehört oder Großeltern teilweise gehört oder das gut dargestellt. Und dann habe ich gesagt, also was soll das und so. Aber diese Abgrenzungen verwischen natürlich dann, wenn man älter wird, wenn man dann auch jetzt zurück zur Biografie das dann mitkriegt, was der ausgelöst hat, was um ein Vielfaches schlimmer war für die Gesellschaft, bedrohlicher war als jetzt möglicherweise Punkrock oder so. Also natürlich war das die große musikalische Jugendbewegung meiner Jugend irgendwie und bedrohliche Jugendbewegung meiner Zeit. Und ich bin froh, dass ich sowas miterlebt habe. Aber Elvis hat ja einfach Musik und Sex zusammengebracht. Ich meine, Bill Haley war der König des Rock'n'Roll, als Elvis bei ihm im Vorprogramm aufgetreten ist. Und danach, nach dieser Tournee, war Bill Haley das nicht mehr, weil Bill Haley einfach nicht sexy war. Und das war die eine Sache von Elvis. Und natürlich war Elvis auch so ein Monsteridol, so ein unerreichbares Idealbild, dass man als Punkrock natürlich Spaß hatte, da zynisch oder hämisch seinen Müll drüber abzuladen. Da gibt es einige Punkrock-Songs über Elvis, Elvis was so fucking fat und so ein Kram. Der war natürlich dann das Symbol der ätzenden Musik, der Schweinemusik. Es gab auch eine Zeit, wo Elvis als Rassist bezeichnet wurde von linken Musikern, linksdenkenden Musikern, zu denen ich mich auch zähle. Aber das finde ich halt Hanebüchen. Elvis hat zu einer Zeit, als es in Amerika Rassentrennung ganz normal war, hat er ganz viel dagegen getan. Nur das konnte er tatsächlich nur, weil er weiß war. Das hätte ein Schwarzer nicht getan. Ohne Elvis hätte Chuck Berry nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die er bekommen hat. Und Little Richard und viele andere. Und er hat also nicht diese Musik gestohlen, sondern er hat sich vieles dieser Musik zu eigen gemacht und sie populär gemacht. Und dafür gebührt ihm auch da ein Thron. Ganz kurz, dein letzter Lieblings-Elbe-Song. Es gibt zwei, habe ich schon gesagt. Also der erste Song, der mich wirklich berührt hat, weil er rhythmisch so toll war und weil er wirklich diese wilde Ausstrahlung der ganz frühen Zeit war, war eigentlich der zweite Song, den er aufgenommen hat, war Blue Moon of Kentucky. Das ist die B-Seite seiner ersten Single. Und der hat mir mal einen Teddyboy auf Kassette aufgenommen. Und das ist bis heute einer meiner Lieblings-Songs. Und Suspicious Minds, finde ich, eines der schönsten Lieder, die je aufgenommen wurden. Und es ist sicherlich auch eines der schönsten, die Elvis je aufgenommen hat. Aber ich habe sehr, sehr viele Elvis-Platten und ich habe gerade erst seit zwei Jahren gibt es ja dieses Album Songs from the Jungle Room. Das sind Aufnahmen, die letzten Aufnahmen, die Elvis, da konnte Elvis sein Haus nicht mehr verlassen, weil er zu dick war, zu feldleibig war. Und hat dann im Jungle Room, in seinem Wohnzimmer, das mit vielen Fällen von Wildtieren, politisch korrekt, kann man das nicht nennen, aber egal, geschmückt war, da hat er dann in einem sehr großen Sessel gesessen und hat dann im Sitzen gesungen. Und das ist unglaublich, was diese Stimme dafür, auch wenn man diese Platte hört, auf der auch gar kein Foto von Elvis ist, sondern nur Fotos von diesem Raum, wie Elvis da zwei Wochen vor seinem Tod noch bei Stimme war. Also das ist wirklich, und was das noch für eine Ausstrahlung hat, nur diese Töne, die sie da auf Band haben. Und es sind, glaube ich, insgesamt nur vier fertige Songs oder fünf fertige Songs und sonst nur so Fragmente, Anfänge und Demos. Super, Dankeschön. Okay. ae? Dankeschön.